Dann haben wir hier die zwei aufgefustet und jetzt würde ich sagen, den schneeweißen Ballon, weil wir hier ja Schnee haben, und mal gucken, ob wir beobachtet werden, blase ich jetzt mal auf. Was gibt es Schöneres, als um Schneeballons aufzupusten? Dann fangen wir mal an, den aufzublasen. Dann fangen wir mal an, wie es herplatzt. Ein paar Mal da reinblasen, ein paar Mal da reinblasen. Ein paar Mal da reinblasen.